Okay, nee Nein! Oh, Scheiße! Boah, René, nimm doch einfach den Schummelweg. Nein! Wenn nimm ihn auch nicht Schummelweg, wenn nimm ihn... Geiler, die Ressung. Es gibt da keine Ressung. Doch, das ist, äh... Ist einfach nur ne Abkürzung. Nein, wenn nenn's einfach, äh... Fehler? Ich nenne es Felix. XC Nein ist nicht der hat es mit Ausstellers oder was Fehler aus Formen Eicke Formen mehr er ist Prozent jeder Form mit Ersteller Weg. So, hier. Pasi, hier ist das Schild. Ja. Du siehst es, ne? Du weißt auch, was da drauf steht, ne? Ja. Das stand da schon immer, ne? Ja, das stand da schon ganz immer, also... Deswegen weiß der Web-Ansteller selber dein Fehler, ne? Ja, und er war einfach nur zu behindert. Und der behebt den gar nicht, ne? Oh, Gott, René, gib doch einfach... Nein! Nimm doch die... Ich sag doch auch nicht zu euch, gib einfach auf! Doch, hast du! Nein, wir meinen... Doch, einmal hast du es schon gesagt, in dieser Adventure-Map. Nein, wir meinen nicht aufgeben, sondern den Fehler vom Map-Ersteller-Weg zu nehmen. Das kacke... Ja, René, genau. Du guckst in die richtige Richtung. Du kannst es. Ja, okay. Und hier sind die Leiter, René. Hier. Hier sind die Leitern. Hier musst du hin. Ich seh dich nicht. Ich bin hier. Die Komische dahin. Du gehst hier drauf, so? Wir werden so Derbs verzweifeln. Und dann, bam, und dann... Oh. Nein, mach das doch nicht, René. Mach das doch nicht. Ich würde... Ja, René hat's geschafft! Ja? Ja, er hat auch nicht den Fehler vom Map-Ersteller-Weg genommen. Oh Gott, wohin? Gut, endlich hat er den Oma genommen, ey. Also, René... Oh Gott! Es ist jetzt... René hat's auf jeden Fall geschafft. Oh, das muss vorgelesen werden. Äh... You've decided to give the heart training. Das war jetzt das Training? Das war das Training? Mmh. Das... Das harte Training. Alter. Level 30 chic, exactly when you touch the letters. Ach so, ja, es geht los. Alter, ich komm da nicht dran. Hä? Wie bist du da sofort rangekommen? Das war irgendwie voll einfach. Hä? Ich komm da gar nicht dran, hä? Hä? Ich hab's nur erst mal geschafft und jetzt nicht mehr, oder wie? Hä? Hä? Voll verschw- Man, man, man muss, ähm... Hä? Wenn man springt, kriegt man ein bisschen mehr Anschwung. Will ich nur mal so sagen. Ah! Wie jetzt? Ah, wie soll man die dann da schaffen, hä? Ja, weiß ich nicht. Ich hab doch gesagt, wir werden verzweifeln. Wir schaffen das schon, Leute. Oh, fehl. Ach, fehl. Wie will hin und her laufen? Oh, da hab ich sogar schon hingeschrieben. No, do... Now do that again. Was nen Arsch? Was heißt das? Ich mach das sogar falsch. Was heißt denn das? Ja, versuch... Versuch das nicht nochmal. Also, versuch das nochmal. Was man hier macht, also diesen Anschwung nehmen. Ha, nein, da steht now do it again. Da steht, äh, mach das nochmal. Ja. Also, lass uns doch auf der anderen Seite mal machen. Hä, ich hab's grad geschafft, ohne dass... Ich den Schwung brauchte. Ey. Wo? Ey, hast du das geschafft? Ich bin... Warte, ich mach erstmal... Hä? Die Zeit. Ich bin hier. Guck, ich war hier an der Seite. Ja. Hab mir hier gesprintet und hab mich da... Nein. Äh. Ah, okay, ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich glaub, so schräg und dann, ne? Ja, ja, genau. So? So, so? Das geht ja wirklich. Fail. Wegen den Leitern. Es geht wegen den Leitern. Oh, Mist. Mist, aber das schafft man nicht immer. Alter. Fail. Ja, hier kann man noch versuchen, nochmal irgendwie. So. Jetzt die Leitern haben einen. Nein. Mist. Fail. Das musst du jetzt nicht immer wieder kommentieren, wirklich, das... Ja, das ist richtig. Wenn du das immer wieder kommentiert, ne? Du springst da ungefähr 5000 Mal, bestimmt in der ganzen Zeit. Ja, okay, ich hab's verstanden. Dann sagst du 5000 Mal Mist, Fail. Mist, Fail. Richtig mal ab, Pasi. Irgendwann wirst du nicht mehr reden können. Halt, Aita, Pasi, du bist so dumm, ne? Glaubst du echt mal, kann er nicht mehr reden? Ich sag nur, die Wahrheit. Boah. Nein. So. Okay. Boah, ich... Ja. Alter. Verzweifeln. Fuck. Ja, nein. Ach, wieso läufst du auch den gleichen Weg wie ich? Ich guck mal, Pasi. Guck mal, ich lauf hier entlang. Und der läuft genau in mich rein. Oh nein, heul doch. Geh doch zu deiner Mama, klack mich doch an. Ich weiß, ich guck genau, wo ich abspringen muss, damit ich den... Ach, Mann. Freis Land. Nein. Freis Land. Nein. Kommt damit, Freis Land. Ey, Aschala. Das Schlimmste darüber ist ja echt dieser Block hier. Nein. Doch, wenn man zu früh abspringt, dann knappeinander voll gegen. Irgendwie nicht. Doch. Wir springen von da ab. Wenn man hier springt, knappeinander gegen. Ich springe ja gar nicht. Wir springen von da ab. Und beim zweiten verkackt. Ah! Ah, okay. Primi, du hast verkackt. Du musst so seitlich rennen. So? Dann so nicht, aber so ungefähr. Immer an der Kante muss man abspringen. Nein. Man muss schon... Nein, wirklich im letzten Moment. Ach, echt? Ja. Nein. 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 Egal. Ich hab's hier nicht aufregt. Ja, guck, René, guck mal. Geh mal hier auf das Fenster hier. Auf die Fensterbank. Geh mal da drauf. Ich schau von hier aus. Geh auf die Fensterbank. Ich brauch den Platz. Guck, du musst irgendwie so seitlich und dann hier rüber. Genauso. Alter. So seitlich und dann... Nein. Ah, Mann. Fail. Äh, 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 äh. Äh, äh. Boah, und dann muss man noch so... Das muss man nur aufmachen, ne? Hm. Ich hab's ja nicht einmal geschafft. Echt nicht einmal? Äh, zum zweiten da hochzukommen, ne? Ja, komm, komm, komm. Go, go. Powerway. Ja, egal, ich bin hier. Das wär' sogar wenn du runterfällst, ne? Das wär' voll scheiße. Oh, wär's jetzt gemein, wenn ich dich schlagen würde? Das wär' ziemlich gemein. Oh, hab' meinen Fuß wieder getan. Ja. Alter, der hat das jetzt drauf. Nein, egal, egal. Ich bin hier, ich bin hier. Ich f... Das werd' ich bestimmt aufgeben. Scheiße. Und jetzt wieder unten. Ich werd' das bestimmt aufgeben. Ich auch. Aber... Bisher musste noch keiner aufgeben. Ja, aber dann kam diese Challenge. Hä, ich... Ich versteh' immer noch nicht, wie der springt. Ich lauf' dem genau gleich hinterher so. Ja, was... Ich versuch' irgendwie... Was weiß ich. Was steht hier eigentlich? There is a long way to... Alter, ist das noch viel? Ja. Das pack' ich nicht, ne? Hundertprozentig nicht. Ja, okay, ne. Versuchen, trotzdem versuch'n. Reit theoretisch kann ich jetzt aufgeben. Aber, aber wenn du es jetzt... Wenn du jetzt aufgibst, und das später dann doch noch einmal versuchst, und das dann perfekt den Krieg, ne? Sieh das nicht als gemeistert. I can't see the tower ween in the distance. Oh, jetzt hat's geruckelt. Get in closer. Bei mir ruckelt's immer, wenn ich da bin. Oh, man. Sweet jumps noch. Steht auf dem Schild. It's a long day way down. Guck. Oh, egal, egal. Ich bin noch hier. Ja. Mach uns stolz. Last jump. It's... It is possible. Oh, kacke. Sind da... Okay, da sind auch drei... Über diese Blöcke, oder? Ja! Ja, sauber. Oh! Und jetzt mal im Ernst, wie machst du die Sprünge? Ja, keine... Warte, ich komm mal kurz. Mir hast du die noch nicht gezeigt. Ja, ich hab's versucht. Nein, das sind die, äh, dem René erklärt und gezeigt. Okay, ich versuch's. Ich war nicht da. Also, äh... Ja, okay, ich will jetzt hier runter. So, so eine Challenge kriegt der was da hin, äh. Ist doch unmenschlich. Der hat bisher jeder hingekriegt. Also, ich geh, geh auf die Fensterbank quasi, da. Ich geh hier und spring in der Mitte so ab. Irgendwie, also warte, ich mach nochmal. Warte, warte auf mich. Ich renne hier. Atte? Oh Gott. Und dann spring... Ja, warte, ich zeig's dir nochmal. Ich wollte nur testen, ob's wirklich geht jetzt. Oh, ich komm nicht mal in den drin. Tust du die ganze Zeit nicht so wie ich. Tust. Tust. Brauchst jetzt nicht, wenn die Aufnahme wieder hier ist, sagen... Ja, ich komm auf einmal nicht mehr. Ich war vorhin die ganze Zeit immer wieder dran. Du warst nicht einmal mehr dran. Guck mal, sie du... Na klar. Du startest ganz in der Ecke? Ja. Sprintest und in der Mitte ungefähr springst du dann nach, äh, zu, zu dieser Richtung. Fuck. Das klappt nicht, nein. Das geht nicht. Ich hab's doch geschafft, René. Ja, ja, ich meine nicht so wie du das erklärt hast. Das geht so nicht, wie du das erklärst. Das geht nicht, manch, manch, manch. Ja. Ja, ja, ja. Wie hast du das gemacht, Pasi? Nicht so wie du das erklärt hast. Ja, wie nicht? Nicht in der Mitte, ich bin ganz außen sofort umgedreht. Ja, ich bin immer in der Mitte umgedreht. Mist, ich komm' selbst nicht mehr da drauf, ey. Warum machst du das jetzt eigentlich? Weiß ich nicht, weil ich Langeweile hab. Aber jetzt schaff ich's auch nicht mehr, Mann. So, ich mach jetzt noch fünf Versuche. Ja, es hat wieder funktioniert. Ich bin in die Mitte. Ich mach' jetzt fünf Versuche, dann geb' ich auf. Alter, die andere hast du viel länger versucht. Ja, aber die war ja auch möglicher. Die krieg' ich gar nicht hin. Da hab ich ja wenigstens noch Sachen hingekriegt bei der anderen. Oh, ich hab voll die... Aber hier seh' ich gar nichts, was ich schaffen kann. So, ne, ich seh' da. Nein! Ah, immer noch hier. Nein! Trink in der Aufnahme. Wie unprofessionell. Was ist das, René? Du kannst mich nicht mehr. Wenn man Durst, dann hat man Durst. So, weil in der Aufnahme ist, ist es nicht schlecht. Voll der Weltuntergang, ne? Weltuntergang. Weltuntergang. Ach, komm. So, klar. Na, 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 na. Man muss dann aber auch noch mindestens im letzten Moment springen. Dabei noch. Ja, also ich bin immer in der Mitte irgendwie gewesen. Ja, aber trotzdem in den letzten Moment gesprungen. So, ich geh' auf. Ich schaff's nicht mehr. Ne, gar nicht. Mach schon mal ein Schild mit Aufgeber. Okay, äh... Ja! Das ist, was das erste Mal, als René aufgegeben hat, ne? Nein, nein, oh Gott! René, voll weg. Der hat aufgelöst. Der hat aufgelöst. Sechthön, der hat aufgelöst. Die 7 Gelb heute. Äh... ersten wir müssen am Ende durchsahlten müssen allen erzählen wer am meisten auf gehen ja ja damit ist es mehr die den ausgelassen im Team es ist nicht ein bisschen verletzten ja es ist mir egal verdient wenn man den Aufgeber wenn man losgelassen ist man hätten muss will ausgelassen aber es ist ja noch nicht zu ändern es gibt ja noch tausende Anwalt für du voll geil bist und wir voll werden fest kaputt gemacht ich bin ich hinweg er braucht sie da rein